Ich bin Matthias Kreil, Inhaber von Kreil Sicherheitstechnik. Wir machen sämtliche Absicherungen für verschiedenste Gebäude und Objekte, Häuser, Firmen, Kanzleien etc. Und da machen wir eben die ganze Palette von Alarmanlager, über Videoüberwachung, Sprechanlager, Zutrittskontrollsysteme. Des Weiteren bieten wir einen Schlüsseldienst für klassische Schließanlagen, Aufsperrdienste und Briefkastanlager. Im Bereich Elektronik mit Alarmanlager und Videoüberwachung haben wir immer wieder auch mit dem Uwe zu tun und da sind wir auch ins Gespräch gekommen und haben uns überlegt, für unsere Kunden, in dem Fall den zukünftig gemeinsamen Kunden Konzepte zu entwickeln für mehr Sicherheit. Sprich Kunden für uns, die Alarmanlager haben, können die beim Uwe aufschalten oder auch Videoüberwachungen, die der Uwe mit seinem Team überwacht. So schaffen wir auch wirklich einen Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden. Ich freue mich auf viele spannende Projekte, neue Ideen, neue Konzepte und auf das, dass wir gemeinsam das Ländle sicherer machen.